Wir stehen vor der vierten Runde in der ersten ÖFB Futsal Bundesliga. Die Top-Mannschaften beginnen sich leicht abzusetzen. Libero Graz steht nach der überraschenden Niederlage gegen Fortuna vor einer echten Bewährungsprobe. Der Geheimfavorit kann erstmals zeigen, wie real die Chancen auf einen Titelkampf werden können. In der vergangenen Saison waren es durchaus knappe Duelle zwischen Graz und Linz. Ein Highlight gibt es aber auch am anderen Ende der Tabelle. Carintia empfängt in Klagenfurt den LPSVU Kärnten aus Villach. Das Kärntner Derby wird zudem live auf ÖFB-TV übertragen. Kurz danach empfängt der derzeitige Tabellenführer Futsal Versli, Punkt A T Klagenfurt, die Fortuna aus Wiener Neustadt. Die Klagenfurter haben in drei Spielen bereits 25 Treffer erzielt und wollen die nächsten drei Punkte nach Kärnten holen. Alle Informationen rund um die erste Futsal Bundesliga bekommt ihr auf futsalblog.at